... können Sie günstiger wegkommen. Dafür braucht es das richtige Timing und das Insiderwissen von Thorsten Heinze, Sparfuchs aus Leidenschaft. Für seine täglichen Ausgaben bezahlt Thorsten weniger als die Hälfte vom Normalpreis. Seine Passion für besonders günstige Deals geht so weit, dass er einen eigenen Vorratsraum dafür braucht. Waren im Wert eines Kleinwagens, für die er nur etwa 400 Euro bezahlt hat. Neue Klamotten braucht, kommt mit dem richtigen Know-how günstiger weg. Kleidung, Schuhe und Accessoires holt sich der Sparexperte im Netz. Aber nicht irgendwo. Das Zauberwort hier, digitale Outlets. Bei der Online-Version des klassischen Outlet-Stores spart man Zeit und Fahrtkosten. Mal sehen, welche Deals es heute gibt. Jetzt für den Sommer habe ich hier noch eine Shorts gefunden. Für 2,99 statt 40 Euro. Im Angebot überwiegend Markenware, deutlich unter dem Normalpreis. Statt 50 Euro zahle ich hier noch 24,99. Mit etwas Glück legen die Outlets sogar noch was drauf. In vielen Online-Shops gibt es noch Gratis-Artikel, die man kostenlos mit dazu bestellen kann. Es sind meistens Artikel, die der Shop vorher nicht losgeworden ist. Hier ist es zum Beispiel eine Damenbluse. Thorstens Bestellung hätte im Laden etwa 150 Euro gekostet. Bezahlt hat er 45 Euro, macht eine Ersparnis von 105 Euro. Fairerweise aber an dieser Stelle, auch im klassischen Einzelhandel gibt es oft tolle Angebote. Thorsten hat heute dank seiner Tricks 44 Prozent oder umgerechnet 132,40 Euro gespart. Das kann sich doch sehen lassen.